Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute geht es weiter. Ich mache hier das Becken sauber. Also Wasserwechsel und Wasserwechsel neu auf meinem Kanal. Ich würde es schon jedem raten, einmal eine Woche Wasserwechsel zu machen, 10-20%. Ich habe es jetzt so gesagt, so ein bisschen gestreckt mal, weil das Becken relativ gut läuft, aber auf 2-3 Wochen. Aber da fällt mir dann schon so ein bisschen auf, dass man dann so ein bisschen, finde ich, der Pflanzenwuchs schon so ein bisschen nachlässt. Und halt, wie soll ich sagen, das Risiko mir von Fischkrankheiten, die ich mir dann einfahre, beziehungsweise die hier hochkommen, einfach das Risiko zu hoch ist. Und da fällt mir nämlich ein ganz gutes Video, das werde ich mal verlinken, von Garnineo. Und zwar wurde dort der Frank Schäfer befragt über Aquaristik. Ist ein guter Beitrag. Ich habe auch schon dort kommentiert. Und da geht es schon ganz schön her. Da hat man die Kommentare. Ich konnte mich da auch nicht so ein bisschen zurückhalten, weil ich habe, so wie gesagt, kann man sagen, schon aufgegeben, dass man da jemand kommt oder beziehungsweise die Aquaristik so beschreibt. Auch mit der Nano-Aquaristik, wie man Fische hält, auch unter anderem das Thema Wasserwechsel kam da vor. Aber er hat es genauso erzählt, wie ich euch immer erzähle mit dem Wasserwechsel. Ich werde euch das mal verlinken in der Videobeschreibung. Das Video, das ist sehr interessant, was er jetzt so erzählt hat. Und so bin ich der Meinung, ich habe es mir angeguckt und habe gesagt, ich habe innerlich gedacht, Mensch, ich habe es aufgegeben. Dass es noch mal irgendjemand so kommt, der Ahnung davon hat, wie die Aquaristik wirklich ist und nicht und keine Aquaristik so erzählt, wie halt kein Wasserwechsel, keine Filterung, das läuft auch alles so. Lasst jetzt einfach in die olle Brühe, da schwimmen eure Fische, das ist so richtig, so laufen die Becken besser. Ihr müsst das reinmachen, den Dünger und das. Genau, guckt euch das Video an, bildet selber eure Meinung, denn meine Meinung dazu ist, dass endlich gibt es so ein Video. Und daraufhin, beziehungsweise, was bei mir jetzt noch wichtig ist, gehen wir mal wieder ran, dass ihr mal so sieht, was ich da so an Fischer habe, denn habe ich noch eine Antwort draufgekriegt auf eine Frage, aber da kommen wir nicht. So, gucken wir uns mal an, ist relativ dunkel, hier haben wir viele Wildschwerträgerformen, äh, vorm sage ich schon, Jungtiere drin, die finde ich schön. Dann halt auch noch Gubbis, die relativ kleiner sind, das kommt aber. Und da ich ja immer so in den Stil mein Becken hier erhalten habe und mir schon mittlerweile, ich hatte zwei Betta, Langflossler drin gehabt und habe da meine Erfahrung gemacht, dass ich dort Probleme mit der Haltung, die sind dann irgendwann mal verschwunden. Und nach und nach ist es mir auch so gekommen, wo ich dann auch gestern von denen das Video mir angeguckt habe, unter anderem dann mit Beifische. Da hat er recht, ich kann ein Betta-Fisch nicht mit Fische dran erhalten, die relativ flott unterwegs sind, weil ein Betta-Fisch halt sehr langsam frisst, bis er denn da um ist. Dann kommt er nach oben, schwimmt hoch und frisst halt, ne, und bei dem Becken hier jetzt zum Beispielweise, dort hätte er ja überhaupt keine Chance, Schande großartig, Futter nur abzubekommen, ne, weil er einfach zu langsam ist. So ist das meine Vermutung her, denn ich habe bis jetzt, also noch nie Glück gehabt, hier ein Meterbecken mit einem Betta-Fisch zu halten. Ich hatte früher auch ein Betta-Fisch hier, mal nach und nach, dann hatte ich mal ein 200 Liter Becken, 400 Liter Becken, wo ich dann auch probiert habe, dort sie mal zu züchten, weil das dann auch nicht geklappt habe. Und dann bin ich auf den 30er Küb immer rumgegangen und dort hatte ich eigentlich von der Haltung her mehr Glück gehabt, auch mit der Zucht hatte ich mehr Glück gehabt. Und dort sind mir die Tiere effektiv relativ alt auch geworden. Okay, warum es hier nicht klappt bei dem Becken, kann ich mir nur so vorstellen hier, weil ich dann hier auch Trockenfutter reingebe. Dann gebe ich auch halt mal Mückenlarven rein, aber halt manche Futtersorten, die verträgt halt so ein Betta-Fisch nicht, ne. Aber es geht ja nicht jetzt darum, wir gucken uns das mal an. Ich muss hier erstmal so ein bisschen die ganzen, ich mach mal hier hoch, aber auf jeden Fall war es das Video gerade hier. Schaut euch das mal an, was für Wasserlinsen sind, ist natürlich klar, wenn man Wasserlinsen dann so drin hat und dementsprechend, ich werde sie mal rausfischen, dann gucken wir uns das mal von oben an. Jetzt gucken wir uns das mal, so wie gesagt, so ein bisschen an und einfach mal abzuschätzen, wie dunkel das ist hier, ne. Und wenn ihr schaut, Wachstum ist super, außer hier die Ene mekelt rum, fragt mich jetzt nicht nach den Namen, es geht ja jetzt auch nicht darum, um die Pflanze. Es geht jetzt allgemein um die Pflanzen hier drinnen in dem Becken, wie man sie hält, beziehungsweise durch diesen Stamm hier, allein ist ja ein schwimmender Stamm, da muss ich da eigentlich nicht so entfernen, weil ich immer noch staune, kommt so wenig Licht an, trotz allen wächst es noch darunter, ne. Und heute mache ich nur Wasserwechsel, morgen werde ich einen Filterwechsel machen, oder zwei, drei Tage, dass ich da nochmal sauber mache, denn ich filter ja nicht mit irgendwelchen Biomasse, ich filter da hauptsächlich mechanisch, dass ich hier nicht so viele Schwebestoffe drinnen habe, und ich habe hier auch kein Mulm drinnen, weil ich eine relativ gute Strömung drinnen habe, von links nach rechts, so eine Kreiselströmung, die kann man am besten mal sichtbar machen, wenn ihr spezielle, oder was war das für ein Dünger, Mittelchen nimmt, und dann kann man genau sehen, wie das dann hier so gesagt, ein Kreis, kreisförmig die Wasserbewegung ist, ne, und auch jeder See hat eine gewisse kleine Strömung, alleine schon so stehen, unter Wasserquellen, aber da wollen wir ja nicht weiter eingehen, ich wollte ja mal ein anderes Thema mal suchen, wieder, aber hier die Schwerträger, schon Wahnsinn, noch da muss ich immer aufpassen, da sind die Guppies, die ändern Guppies, die sind ein bisschen schneller dabei, beim Fressen, muss ich sagen, als die Wildform Schwerträger, die habe ich ja draußen noch welche, ich habe es schon lange, aber nicht mehr gesehen, da in dem Bottich drinnen, aber wir werden, ich werde das mal raus machen, um, und dann filme ich es nochmal, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie hell es jetzt denn wird, ne, und dann werden wir beobachten, oder ich beobachte ja dennoch, hauptsächlich, euch dann mal zu zeigen, ob wir da irgendwo ein Pflanzenwuchsen, eine Feindlung haben, aber hier haben wir auch die ganzen Garnelen drin, eine Wildform, hauptsächlich, wie ich dann hier immer, in der Aussortierer rein tue, so was ich dann einfach, ausselektiere. Garten war mal mit dem Wasserwechsel, eigentlich kennt das ja jeder, der den Wasserwechsel regelmäßig macht, einfach eigentlich ist das ja diese Sonntagsarbeit, gut, wenn man dann hier runtergerutscht, ist das eigentlich eine Sonntagsarbeit immer gewesen, damit man hat jetzt heute mal von Montag, alleine fußballbedingt schon, muss natürlich noch passen, dass man die Jungfische nicht, man könnte ja auch so ein Schwamm vorher machen, oder ein Sieb vorher ran, mega Wasserlinsen hat man da so rausholt, aber es wurde schon Zeit, mal wieder den Wasserwechsel zu machen, meine Aquaristikfreunde, war Zeit doch mal wieder Zwerg an, hier ein Video zu machen, aber ich denke euch mal, jetzt kommen die hier wieder ran, euch mal meine Jellos zu zeigen, wie da das Becken explodiert ist, seitdem ich hier den guten, etwas besseren Dünger nehme, als was ich vorher genommen hatte, muss ja gleich noch vorne den Steppel wieder aufmachen, ihr seht jetzt selber, was ich jetzt hier für eine Strömung habe, und dann mache ich mal eins, zeige euch mal gleich, so, zeige euch mal, ich mache jetzt immer, ich habe mir extra so ein Hahn hier rangebaut, hier habe ich eine schöne Strömung, das mache ich den Hahn auf, und jetzt muss ich irgendwas zum Rohr lang nehmen, zum Pixel, hoffe, dass der zum Griff bereit ist, wo haben wir ihn denn, um mal so kleinen Schrauben ziehen, das erstmal durchzuspülen, weil sich die ja doch relativ, zusetzen, und so auch wirklich so, hier wisse Strömung immer im Becken drin, ich bin immer der Meinung, Fische brauchen ein bisschen Strömung, auch alleine für Muskulatur, dass wir auch wo jeden strömen können, strömt, dass wir eben schwimmen können, guck mal an, jetzt haben wir, machen wir den Froppel, das schon wieder innerweg, so ein Noppel da, und dann habe ich hier, etwas leichte Strömung, das ist jetzt nicht unbedingt viel, aber immerhin, so ein bisschen besser, als Janischt, wie man so immer so die Zart Janischt, immerhin hier, kann man auch einen Bohrer nehmen, also etliche Sachen, muss auch mal wieder den Schlauch durchspülen, das kommt dann höchstwahrscheinlich morgen ran, wir wollen aber mal gucken, Scheiben ist klar, machen wir auch, müssen wir es noch sauber machen, so, jetzt lassen wir das mal laufen, und jetzt geht es weiter, und jetzt erstmal jetzt kurz, nochmal die Scheiben sauber machen, da habe ich hier so genannten, einen Eimstieg, ach man, aber ich brauche hier nicht viel machen, weil, ich habe kaum Belege dran, trotz allem, wo ja die Sonne am Tag aufscheint, okay, dieses Jahr haben wir noch nicht so viel Sonne, aber ich probiere dann mit Absicht, immer viel Wasserbewegung reinzukriegen, im Becken, um einfach, so ein bisschen, alle Morrerstellen, aufzubühlen, das heißt, beim Wassergießen, nämlich also auch nicht gerade, am Blatt vormund, einfach schön doll, dass da so richtig schön, Strömung mal reinkommt, ne, im Becken, natürlich nur vorsichtig, dass ich da nicht alle Pflanzen rausruppeln, weil er so zählt, und was auch immer noch dazu gehört, was ich ja in den Augenblick auch mache, wisch dann immer die Abdeckung ab, hier oben, und bei der anderen Laulette selber, so, und von oben her, zeige ich euch mal, da sind noch immer noch ein paar Wasserlinsen drin, das ist aber nicht das Problem, ich mache immer noch, so wie gesagt, die Ränder sauber, ringsherum, unter die Lampen hier sauber, hier sauber, denn wenn ich schon mal dran bin, dann soll das auch einigermaßen gut aussehen, und das soll auch nicht verjammelt aussehen, das heißt also, meine Devise ist immer, bei so einem Becken, das soll so aussehen, zu sauber sein, von außen her, als wenn wir, eigentlich das gleich gerade aufgestellt haben, dann hole ich euch mal wieder zur Seite, dann kommt Aquazafe noch mit rein, falls ich es vergessen habe, euch zu sagen, und den diversen, also den Dünger, von Greenscaping, den ich immer noch benutze, und alle Produkte, die ich hier benutze, sind kein Sponsoring, die habe ich mir alle selber gekauft, und wenn vorne, Anfang von meinem Video, immer kommt, bezahlte Werbung, das mache ich aus Sicherheitsgründen, mache ich das immer ran, weil ich ja nicht weiß, wie 100% die Gesetzgebung da ist, und halt als Sicherheit, mache ich das einfach, weil ich ja von der Werbung her, ein paar Cent einmal anbekommen, die YouTube ja, mir gibt, ist ja monatisiert worden, mein Kanal, unter anderem heißt es ja auch, dass ich denn dafür Steuern abgeben muss, beim Finanzamt, beziehungsweise, ich muss auch Ende des Jahres, einfach so Steuererklärung abgeben, wenn man sowas hat, beziehungsweise, dass man über Google oder YouTube, halt Geld bekommt dafür, da muss halt alles so, seine Richtigkeit haben, beim Finanzamt, und das habe ich alle, ganz im Gegenteil, immer ein bisschen Vorsicht, und deswegen kommt bei mir, immer vorne an, immer bezahlte Werbung, um da einfach, so ein bisschen sicher zu sein, und die Produkte, die ich hier vorstelle, benutze ich halt, wie ihr ja seht, immer selber, hier sieht ja auch meine Becken, wie ich sie pflege und halte hier, was ja wohl wichtig ist, bin ich auch der Meinung, wenn ich einen YouTube-Kanal habe, über Aquaristik habe, und da sehe ich dann von den Linien, nie ein Aquarium, das ist dann schon so ein bisschen immer, immer in dem Punkt Unglaubwürdigkeit, ne, ja, dann weg mich mal mit dem Video, schön verabschieden, hierzu, wurde hier Zeit, denn, letzter Wasserwechsel, war glaube, drei Wochen jetzt her gewesen, und noch Wasserwechsel, kann man immer, so wie gesagt, als sportliche Aktivität sehen, ich mache ja immer die Gießkanne voll, und dementsprechend habe ich dann auch gleich Training, für meine Arme mit drin, um fit zu bleiben, Muskulatur aufzubauen, also es kann effektiv nicht schaden, wenn man Wasserwechsel macht, für euch ist es nicht schlecht, und für die Fische auch, dadurch verbrennt ihr auch ein paar Kalorien, durch die Aquaristik, also erfüllt der Wasserwechsel, oder der Topi Aquaristik zweierlei, das heißt, ihr bleibt fit, weil er immer in der Bewegung bleibt, durch euer Wasserwechsel, einmal eine Woche, und zweitens, habt ihr noch einen Spaß dran, zu beobachten, wie die Fische sich wohlfühlen, dran, und dann werde ich mich mal, mit diesem Video jetzt, hier, verabschieden von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, wir sehen uns nächstes Mal, beim nächsten Video, bei mir auf meinem Kanal, hat euch das Video gefallen, vergesst ein Like, nach oben, und ein Abo nicht, wenn ihr nicht schon längst getan habt, ciao,